Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Janik. Ihr hört die Diffus-News am 3. August 2021. An meiner Seite die Pia. Hallo! Hallo! Wir haben heute wieder einige Themen für euch. Und zwar bringen Mixu und McCloud einen neuen NFT raus. Shindy teased eine neue Single. Die Stadt Berlin plant ein Testprojekt für Clubs. Tyler nimmt das Lollapalooza auseinander und Ariana Grande Fortnite. Aber jetzt erstmal zu den Berliner Clubs, Pia. Erzähl mal. Ganz genau. Ich habe nämlich richtig, richtig gute Neuigkeiten für das Ende dieser Woche. Denn man darf in einigen Clubs der Stadt wieder tanzen gehen. Denn die Berliner Senatskulturverwaltung will vom 6. bis 8. August, also von Freitag bis Samstag dieser Woche, in sechs Berliner Clubs bei einem wissenschaftlichen Pilotprojekt herausfinden, ob Clubbesuche in Pandemiezeiten wieder möglich sind. Mit dabei ist unter anderem das Crack-Belmer, der Festsaal Kreuzberg, das KitKat, das Metropol, der Salon zur Wilden Renate und das SO36. An dem Projekt sollen rund 2000 zugelassene Personen teilnehmen, die sich vorher und nachher, also vor und nach dem Clubbesuch, mit einem PCR-Test testen lassen sollen. Und wie die Senatsverwaltung mitteilte, ist es dabei sogar tatsächlich egal, ob man schon geimpft oder genesen ist. Es wird so sein, dass sich jeder testen lassen muss. Da bei den Clubnächten nämlich weder die Abstandsregeln noch die Maskenpflicht eingehalten werden können, ist es am wichtigsten zu wissen, dass man quasi 48 Stunden Sicherheit hat, dass die teilnehmenden Personen negativ getestet wurden oder sind. Begleitet wird das Projekt vom Berliner Klinikum der Charité und die werten das dann quasi, nachdem es stattgefunden hat, wissenschaftlich aus und werden dort hoffentlich ein paar Erkenntnisse draus ziehen können. Die Tickets für das Pilotprojekt sollen online verkauft werden und ungefähr 15 Euro kosten. Die Links zu den Tickets findet ihr eigentlich bei den beteiligten Clubs. Schaut da mal auf den Websites vorbei und auf den Socials. Und als kleiner Hinweis vielleicht noch, zu den 15 Euro Eintritt werden noch rund 10 Euro Kautionen kommen. Und die bekommt man dann aber wieder, wenn man sich eben bei dem Folgetest, der nach dem Event stattfindet, sich da testen lässt. Und genau, dann bekommt man die Kaution, wie man das eben kennt, einfach wieder. Also Leute, falls ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, let's go und probiert mal wieder aus, wie es ist, in Clubs zu feiern. Ab ins KitKat, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Aktuell befindet sich ja gefühlt die halbe Welt im Urlaub. So anscheinend auch Schindy, der vor ein paar Tagen sein Instagram-Profil reaktiviert hat und mit einigen anteasernden Storys befüllt hat. Wenn man dem Prego non disturbare Schild Glauben schenken mag, befindet sich Herr Schindler aktuell in Italien und lässt es sich dort ordentlich gut gehen. Einen Post mit der Caption Back in town gab es auch noch. Vielleicht ist der Post sogar direkt eine Anspielung auf Venedig, einem seiner besten Songs, wenn ihr mich fragt. Warum das jetzt eine News wert ist? Naja, Urlaub macht man ja in der Regel nachgetaner Arbeit und Schindy scheint fleißig gewesen zu sein. Ein Swipe-Uplink führt den gewieften Schindy-Fan nämlich direkt zum Presale eines neuen Fan-Bundles, das am 27.08. erscheinen soll, zu einer neuen Single. Die neue Single heißt scheinbar Mandarinen. Sehr kryptisch und mysteriös, wie man es von Schindy gewohnt ist. Aber das Artwork sieht schon mal sehr vielversprechend aus. In seiner Story gibt es dann auch noch einen Screenshot, der durch die Blume verrät, dass O.C. die neuen Schindy-Sachen produziert haben soll. Für die Leute, die O.C. nicht kennen, das ist so ein türkischstämmig Schweizer Produzent, der so kleine Songs wie To See Slide, Life Is Good oder Sicko Mode produziert hat. Also gar nichts Großes. Schindy und er haben aber auch schon oft zusammengearbeitet. Hört euch am besten einfach mal Afalterbach an. Da kann man auf jeden Fall die Handschrift von O.C. ziemlich gut raushören, wie ich finde. Liebe Grüße an Mako von den 100 Black Dolphins an der Stelle auch noch. Der hat Instagram zufolge nämlich das Design von dem Mandarinen-Cover übernommen. Ich als großer Schindy-Fan freue mich natürlich extrem darüber, dass es endlich wieder richtig losgeht, weil Schindy im Album-Mode ist ein bisschen anders als die ganzen Singles, die er letztes Jahr zur Covid-Zeit rausgebracht hat. Let's go! Ist das Artwork, so weil du gesagt hast, die Single soll wahrscheinlich Mandarinen heißen, so Juicy-mäßig Orangen-Mandarine oder? Es sieht so ein bisschen Mosaik-mäßig aus. Warte, ich suche es dir kurz raus und du beschreibst es jetzt. Ich beschreibe es. Du beschreibst es jetzt, pass auf. So, Bildschirm ist umgedreht. Pia, was sagst du? Boah, also mit Mosaik hast du auf jeden Fall auf eine Art recht. Das ist sehr bunt. Ich sehe eine Schachfigur in der Mitte. Und ein paar Mandarinen. Also ich hatte auch ein bisschen recht. Also sieht auf jeden Fall wild aus. Sieht nach einer guten Single aus, muss ich sagen. Let's go! Jetzt muss es nur noch gut klingen. Weiter geht's mit einer News zu Mixo und McLeod. Denn um den Erfolg ihres Debütalbums Futura zu feiern, das am 23. April dieses Jahres erschienen ist, haben Mixo und McLeod gestern, pünktlich übrigens zu McLeods Geburtstag, eine eigene 3D-animierte Actionfigur, beziehungsweise sogar zwei, und einen exklusiven Beat veröffentlicht. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so was Ungewöhnliches, könnte man meinen. Aber die beiden Produzenten haben die ganze Sache als NFT, also als Non-Fungible Token herausgebracht. In einem Statement dazu haben Mixo und McLeod gesagt, dass für sie dieses Projekt klar zukunftsweisend ist und ihrer Meinung nach in der Blockchain eine der wichtigsten Technologien unserer Zeit liegt und die damit einfach sehr viel Potenzial mit sich bringt. Und in dem Zusammenhang haben die beiden nochmal betont, dass es ihnen dabei gar nicht darum geht, irgendwie das große Geld zu scheffeln, sondern stattdessen wollen sie als Vorreiter agieren und ja eben zukunftsweisend auftreten. Das NFT, das gestern übrigens um 13 Uhr veröffentlicht wurde, ist auf wearable.com live und kann da jetzt ungefähr zwei Wochen lang versteigert beziehungsweise ersteigert werden. Wer da also Interesse hat, sollte sich das NFT unbedingt mal anschauen und sich ranhalten. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es da einiges an Konkurrenz gibt. Aber wo wir an der Stelle schon mal bei in der digitalen Welt eigentlich sind, habe ich noch eine kleine weitere News mitgebracht. Jetzt bin ich richtig gespannt. Und zwar geht es an der Stelle um Ariana Grande. Die wird nämlich eine virtuelle Show spielen. Das ist in Zeiten der Pandemie ja eigentlich gar nicht so aufregend, aber die Sängerin tritt Ende dieser Woche in die Fußstapfen von Travis Scott und Marshmallow und wird als Stargast im Videospiel Fortnite auftreten. Kleiner Funfact zu Travis Scott. Sein Album Astroworld ist heute drei Jahre alt geworden. Ariana wird als Hauptact im Rahmen der Fortnite Rift Tour, die von 7. bis 9. August läuft, auftreten. Und Spielerinnen können während der Tour in In-Game-Aufträgen Belohnungen zur Drift Tour freischalten und einfach neue Realitäten entdecken. Insgesamt umfasst die Tour aber sogar fünf große Shows. Wichtig dabei, wer die ganzen Shows genießen möchte, Epic Games haben empfohlen, sich ungefähr eine Stunde vor den jeweiligen Shows in Fortnite anzumelden oder dort eben eingeloggt zu sein. Deswegen, wer die Auftritte auf gar keinen Fall verpassen will, der sollte sich im Netz nochmal über die jeweiligen Zeiten informieren. Und kleiner Funfact auch noch, wen es interessiert, der Ariana Grande Skin wird ab dem 4. August um 20 Uhr in dem Itemshop erhältlich sein. Und was ich super absurd fand dazu, ein headbangendes Regenbogenschwein mit herzförmiger Sonnenbrille. Freunde, es wird einfach wild. Erstmal muss ich sagen, ich lieb's, wie du die Gamer-Lingo angenommen hast. Mega. Und das headbangende was? Headbangende Regenbogenschwein mit herzförmiger Sonnenbrille. Ja, gönnt euch Leute, was soll ich dazu noch sagen? Oder? Fortnite ist einfach eine unfassbare Welt. Ich habe zu guter Letzt noch eine kleine Empfehlung für euch. Und zwar wurde am Wochenende die Live-Performance von Tyler, die Creator auf dem Lollapalooza in Chicago hochgeladen. Und ich sage euch, wie es ist, krasser wird es einfach nicht mehr. Der Typ hat einfach ein edles Motorboot auf der Bühne gehabt. Eine Schwebebühne, auf der er seine Performance so aussah, wie als würde er von den Wolken aus rappen. Und zum Mitte des Sets hat er sich in sein Igor-Kostüm gezwängt und dabei endgültig den Verstand verloren. Ich frage mich, wie man so eine unfassbare Energie auf der Bühne haben kann, weil ich habe sowas einfach noch nicht gesehen. Also ich habe Tyler schon mal live gesehen, aber er... Boah! Einfach Explosion. Eine einzige Explosion. Auch die ZuschauerInnen haben es so richtig gefühlt. Ich habe sogar in der Crowd Leute gespottet, die in der Crowd Tränen hatten. Und ich bin ehrlich mit euch, wenn ich da gewesen wäre, wäre es mir wahrscheinlich genauso gegangen. Tyler ist und bleibt ein unglaublicher Performer und Künstler und ich liebe einfach seine Bühnenpräsenz. Ich will nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, bei dem Set und bei den Songs, die er gespielt hat, sollte eigentlich jeder Tyler-Fan auf seine Kosten kommen. Ich packe euch den Link einfach mal in die Shownotes, dann gelangt ihr direkt zum Konzert, liebe Leute. Apropos Performance, am Ende vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Und zwar gab es in der letzten Woche ja den Evident Livestream mit Vans, den wir veranstaltet haben. Wir werden die einzeln nochmal auf YouTube veröffentlichen und auch den Talk, Janik, den du mit wundervollen Gästen geführt hast. Also schaut auf unserem YouTube-Kanal auf jeden Fall da auch nochmal vorbei. Wenn ihr die Shows verpasst habt, schaut euch die definitiv nochmal an. Yes! Und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns am Freitag wieder. Bussi, Bussi, bye, bye! Bis dahin! Bussi, Bussi, bye! Bussi, bye! Bussi, bye! Bussi, bye! Bye!